Was ist denn bitte euer Name? Rivia. Ich mein Vorname. Ludwig. Sind Sie aus dem Bauernstand oder aus dem Techniker? Eigentlich aus dem Bauernstand. Haben Sie einen Vulgo-Namen? Was hab ich? Einen Vulgo-Namen. Einen Vulgo-Namen? Einen Vulgo-Namen, ja. Das hat geheißen, Neumarkt, Feuchter und See. Und wo? Bei Neumarkt. Ah, bei Neumarkt. Ja. Aha. Das ist die steirisch-kentnerische Grenze da in der Nähe, gell? Neumarkt, weit weg sind 16 Kilometer. Schmelz? 16 Kilometer. Ah, Schmelz, Bundeswehr und so weiter, gell? Österreichische Militäre? Ja, also. In der Nähe, gell? Kenten, Kenten, Steirn. Jetzt muss ich Sie was fragen. Was würden Sie dem heutigen Menschen empfehlen? Den heutigen Menschen? Ja. Kann ich nur sagen, wenn ich was unternehmen möchte, Bauernstand. Bauernstand? Bauernstand. Und was würden Sie denn empfehlen? Groß oder klein oder mittel oder Genügsamkeit, Sparsamkeit oder? Nur, nur Genügsamkeit zum Überleben. Also Genügsamkeit nicht über alle Kapital hinaus? Nein, nur zum Überleben. Dass man selber eine Familie gründen kann und sie erhalten kann? Weil wir haben ja schon angefangen vor 70 Jahren. Aha. Und dann richtig wieder zurück, bis vor 70 Jahren. So wie es war, die Schönheit? Also die Schönheit und nicht so überlastet, so wie heute, wenn ein Bauer ist, der was ein bisschen größer ist, der sich dann schon überlastet wird.